Eine gute Küchenmaschine ist unerlässlich, wenn du gerne kochst oder backst. Sie nimmt dir schwer aus Rühren, Kneten oder Raspeln ab. Welche Küchenmaschine für dich die beste ist, das zeige ich dir jetzt. Hi, ich bin Annalena von Gute Wahl. Wir haben bereits 9 Küchenmaschinen getestet und füllen jetzt unser Testfeld mit 5 weiteren Maschinen auf. Der Kenwood Chef XL, Bosch Optimum, KitchenAid Classic, Smack und Krups Master Perfect Gourmet. Mit allen haben wir einen Hefeteig geknetet und Eischnee geschlagen. Den Testbericht findest du hier auf gute-wahl.de. Dort gibt es auch eine Vergleichstabelle mit allen aktuellen Preisen. Die Links findest du nochmal unter dem Video. Aber jetzt ran an die Röhre. Die KitchenAid Classic ist ein echter Klassiker unter den Küchenmaschinen. Mit ihren kompakten Maßen und der Einfachheit ist sie ein super Einstiegsmodell. Das Gehäuse ist gut verarbeitet, massiv und wirkt sehr stabil. Sie steht fest und bewegt sich beim Rühren nicht von der Stelle. Die 4,3 Liter Schüssel lässt sich einfach einsetzen. Allerdings vermissen wir einen Griff. Sie ist die kleinste in unserem Update, reicht aber für den Alltagsgebrauch aus. Der Lieferumfang ist im Vergleich zu den anderen Testmodellen etwas mau. Es gibt einen Schneebesen, Knethaken und Flachrührer. Du kannst sie aber einfach anbringen und bis auf den Schneebesen dürfen auch alle in die Spülmaschine. Mehr Zubehör wie eine Raspel, Mühle oder Pastaroller kannst du über den Anschluss vorne anbringen. Die 10 Geschwindigkeitsstufen lassen sich etwas schwer einstellen. Wenn du die Maschine aufklappst, brauchst du Kraft, um den Kopf anzuheben. Das geht leider nicht automatisch. Beim Eiweißschlagen auf höchster Stufe erreicht die KitchenAid eine Lautstärke von 77 Dezibel. Das ist im Vergleich relativ leise und angenehm fürs Ohr. Das Eiweiß wird sehr schnell fest. Auch der Hefeteig für den Hefezopf wird sehr gut, zieht sich aber leider am Knethaken hoch. Wir bekommen mit der KitchenAid Classic trotz der vergleichsweise niedrigen Motorleistung gute Ergebnisse. Schade finden wir, dass du sämtliches Zubehör nachkaufen musst. Die KitchenAid Classic eignet sich für dich, wenn du zum Beispiel als Einsteiger eine kompakte Küchenmaschine suchst und zunächst nicht viel Zubehör benötigst. Die Master Perfect Gourmet von Krups ist eine ebenfalls recht kompakte Küchenmaschine und für ca. 300 Euro ziemlich günstig. Dafür ist die Verarbeitung vom Gehäuse auch nicht so überzeugend. Gerade der Geschwindigkeitsregler wirkt klapprig. Die Teig- und Knethaken sind sehr leicht und wirken nicht so hochwertig. Leider lassen sich die Geschwindigkeitsstufen auch nicht so gut ablesen, da die Zahlen am Gehäuse und nicht am Rad selbst stehen. Gut finden wir die Silikonschüssel. Darin kannst du Zutaten rühren und für späte beiseite stellen. Der Motorkopf lässt sich einfach anheben und auch der Wechsel zwischen den Einsätzen klappt gleichgängig. Neben dem Teig- und Knethaken bekommst du noch einen Unterheber und einen Schneebesen mitgeliefert. Diese wirken wertig. Eiweiß schlagen wir mit der Krups innerhalb kürzester Zeit perfekt auf. Die Maschine arbeitet dabei aber deutlich hörbar mit 81 Dezibel. Der Hefeteig wird auch schnell verrührt. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Die Krups Masa Perfect Gourmet ist eine schlichte Küchenmaschine, die du schon für vergleichsweise kleines Geld bekommst. Bekannt für ihr schickes Retro-Design gibt es von Smeg auch eine Küchenmaschine im 50er-Look. Dafür sind die inneren Werte leider nicht ganz so überzeugend. Ihre 800 Watt merkt man ihr leider an. In unserem Test hat sie den Eischnee und den Hefeteig am längsten gerührt. Beim Hefeteig drückt sie den Teigklumpen an die Wand und schiebt ihn vor sich her. Das Eiweiß wurde gut, hat allerdings auch fast 5 Minuten gebraucht. Dabei war sie mit 75 Dezibel aber recht leise. Klasse finden wir den Griff an der 4,8 Liter Schüssel. Um den Motorkopf anzuheben, brauchst du auch wieder Kraft und der Knopf liegt etwas ungeschickt an der Rückseite. Mit dabei sind ein Knethaken, Rührer, Flachrührer und Schneebesen. Leider ist die Einfüllschütte des Spritzschutzes etwas zu klein. Es kann trotzdem noch Mehl rausfliegen. Die Werkzeuge lassen sich nicht ganz so einfach anbringen. Hier musst du schon etwas fester die Federn nach oben drücken. Das 10 Kilo schwere Gehäuse aus Aluminium wirkt sehr stabil. Auch die Rührer machen einen anständigen Eindruck. Die Smeg kann maximal 1 Kilo Weizenmehl und 2,8 Liter Kuchenteig verarbeiten. An Zubehör gibt es nicht so viel Auswahl wie zum Beispiel bei der Bosch. Zusatzwerkzeuge wie Raspel, Nudelmacher und Fleischwolf kannst du vorne anschließen. Die Smeg Küchenmaschine ist das Richtige für Retro-Fans, die nicht so viel Platz in der Küche und etwas Zeit beim Backen haben. Die Bosch Optimum hat mit 1300 Watt ordentlich Kraft unter der Haube. Wir haben das Modell ohne Waage und automatische Programme für ca. 450 Euro getestet. Die Schüssel ist mit 5,5 Liter die zweitgrößte und lässt sich auch gut die doppelte Menge an Teig zubereiten. Der Kopf hebt sich fast automatisch an, rastet aber nur schwer ein. Für den Werkzeugwechsel brauchst du beide Hände und etwas Kraft. Das ist leider sehr umständlich. Mitgeliefert werden ein Flexi-Rührbesen, Schneebesen und Knethaken. In unserem Set war auch ein Durchlaufschnitzler mit drei Scheiben dabei. Mehr Zubehör kannst du noch über die farblich markierten Anschlüsse anbringen. Die Verarbeitung und Standfestigkeit überzeugt uns. Der Drehknopf ist bequem positioniert und du kannst sieben Geschwindigkeitsstufen einstellen. Zusätzlich hat sie noch eine Unterhebfunktion und eine Momentschaltung für das Zubehör, wie z.B. den Mixer. Beim Aufschlagen von Eiweiß ist die Bosch mit etwas über 70 dB angenehm leise. Den Hefeteig vermischen wir laut Anleitung erst für 30 Sekunden auf Stufe 1 und schalten dann für 3 Minuten auf Stufe 3 hoch. Das Ergebnis wird gut, der Teig klebt allerdings etwas. Die Bosch Optimum ist eine gut verarbeitete Küchenmaschine mit überzeugender Leistung. Den Wechsel der Rührer würden wir uns allerdings etwas einfacher wünschen. Trotzdem ist sie eine solide Maschine, die nur knapp hinter unserem Testsieger landet. Die Canwood Chef XL Titanium ist die größte und schwerste im Test. Dafür hat sie aber auch ordentlich Power und erührt sich damit in Testsieg. Die Schüssel aus Edelstahl ist mit 6,7 Liter die größte im Test und hat zwei Griffe. Das ist richtig praktisch, z.B. beim Umschütten. Im Inneren sind drei Skalen, damit du deine Zutaten direkt im Topf abmessen kannst. Die Küchenmaschine hat insgesamt drei Anschlüsse. Den Rührelementanschluss, ein Hoch- und ein Niedriggeschwindigkeitsanschluss. Also genug Möglichkeiten für alle Art von Zubehör. Mit dabei ist ein Schneebesen, Teighaken, Knethaken, ein Unterhebwerkzeug, Flexirührer und ein Spatel. Das Gehäuse und Zubehör sind sehr wertig. Die Rührer lassen sich einfach austauschen, sind aber wie die Maschine recht groß. Dafür ist das Öffnen der Maschine umso leichter. Der Kopf kippt von alleine nach hinten. Besonders ist die Canwood vor allem durch ihre Beleuchtung der Schüssel. So hast du selbst bei schlechten Lichtverhältnissen stets einen guten Blick auf deinen Teig. Die 1700 Watt starke Küchenmaschine hat acht Geschwindigkeitsstufen, eine Pulsfunktion sowie eine Unterhebfunktion zur Herstellung von Moos. Beim Aufschlagen von Eiweiß ist die Canwood mit 83 Dezibel sehr laut und unangenehm. Das gibt etwas Punktabzug. Das Ergebnis wird aber schön feinporig. Der Hefeteig wird nicht ganz so geschmeidigt wie bei der KitchenAid, gefällt uns aber in der Weiterverarbeitung sehr gut. Wir sind vom Gesamtpaket der Canwood Chef XL sehr überzeugt. Die Schüssel ist richtig groß, beleuchtet und die Maschine rührt mit viel Kraft. Zudem kannst du sie mit viel Zubehör aufrüsten. Unser Testiger ist perfekt für dich, wenn du häufig backst und genug Platz in deiner Küche hast. Wenn du nochmal alle fünf Modelle vergleichen willst, dann schau auf gute-wahl.de. Da findest du eine Vergleichstabelle mit allen Infos und aktuellen Preisen. Die Produkte sind auch nochmal unter dem Video verlinkt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Backen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!